Das Besondere an meinem Team ist eindeutig der Zusammenhalt und dass man auch Spaß haben kann miteinander auch unter der Arbeitszeit. Für mich ist dem Team sehr wichtig, dass wir eine offene Kommunikation pflegen, uns gegenseitig Feedback geben, sowohl Positives als auch Negatives. Unser Team macht aus, dass es schwierige Situationen gemeinsam meistert. Dazu kommt noch, dass private Freundschaften entstanden sind durch die langjährige Zusammenarbeit. Ich finde, ich habe den besten Chef der Welt. Der hat definitiv immer ein offenes Ohr für mich und jederzeit, wenn etwas ist, kann ich zu ihm kommen. Das ist echt super. Bei uns gibt es ein Sure-Fix, ca. jeden Monat, wo unser Vorgesetzter uns über die wichtigen Dinge im Unternehmen informiert. Sure-Fixes sind generell sehr wichtig, um für die Zielerreichung einfach den Status auch immer wieder abzuklären, wie weit sind wir schon gekommen. Also wir haben mehrere Veranstaltungen zum Teambuilding. Das sind Betriebsausflüge, wir haben ein Sommerfest, wir haben Fußballturniere. Ja, das ist unser Team. Wir treffen uns auch öfters mal, also unter der Woche. Meistens, wenn wir zusammen auf Projekt sind, ist halt dann natürlich die Zeit ein bisschen knapp, aber am Abend, also wenn wir im Hotel sind oder so, sitzen wir zusammen und unterhalten uns noch lang und machen auch. Gehen wir weg miteinander oder kurz was trinken, essen, solche Sachen.